hey leute heute mit dem thema sollte ich mit einer frau zusammenziehen und wenn ja wie wir hatten auf dem disco server letztens die aussage dass einer der jungs damals zu seiner ex gezogen ist wohnung aufgegeben und zu ihr in ihre wohnung rüber die scheinbar auch gerade von ihrem ex freund geplündert worden ist im restlichen rahmen spar ich mir jetzt mal darum soll sie auch nicht gehen jedenfalls wurde ich dann im e mail coaching von jemandem angesprochen der meine meinung dazu gelesen hat und fragte warum ich da so extrem denken würde das hatte er jetzt so noch nicht gehört und ich habe ihm einen roman verfasst von dem ich denke dass er euch allen nützen könnte das wird ein einfaches video für mich aber ich denke ich habe danach noch ein bisschen was extra dazu zu sagen also wo ist es da da musste ich jetzt kurz grinsen wenn du das schon als unfassbar negativ sie ist denn damit für das wissen dass dahinter steht eigentlich noch relativ positiv drauf was die ganzen rap pille angeht angefangen bei rollo tomasi ist nummer vier seiner eisernen regeln wird quasi gesagt dass man unter keinen umständen mit einer frau zusammenziehen soll es sei denn bis zur hochzeit und kindern sind es maximal noch sechs monate der grund ist einfach dass man durch das ständige aufeinandersetzen die anziehung langsam verliert man weiß alles übereinander und sie sieht einen mit der zeit eher als familie als als liebhaber alltag eben das sehe ich ein bisschen anders und denke es gibt wege und möglichkeiten die anziehung aufrecht erhalten zu können auch wenn man permanent aufeinander hockt es wäre einfach unrealistisch zu denken dass man eine funktionierende beziehung über jahre und jahrzehnte darauf beschränken könnte immer zwischen den wohnungen hin und her zu fahren aber gerade anfangs sollte das eh noch keine rolle spielen ich habe es damals aus geldmangel auch anders gemacht da stand ihr auszug von zu hause an und ich musste so einen mist vorschlagen dadurch wohne ich heute in einer super schönen wohnung aber der stress ich hätte vermutlich nicht die ersten grauen haare wenn ich ein paar frauen in meinem leben einfach nicht so nah an mich ran gelassen hätte jetzt aber zu der frage an sich natürlich macht es logisch betrachtet keinen sinn wenn die frauen hausgeerbt oder gekauft hat sich was gemeinsames zu suchen aber siehst du als kerl bei ihr ein dann betrittst du ihre deutungshoheit und es ist ein krampf bist du wirklich 50 50 dort etabliert hast wenn überhaupt eigentlich ist es überhaupt nicht möglich sie wohnt schon so lange darin hat es sich eingerichtet erinnerungen an x ex freunde oder liebhaber da drin das ist nicht unbedingt das konkurrenzdenken aber sie kann dich darin niemals genauso sehen und akzeptieren wie in einer neuen wohnung oder wenn sie bei dir ein zieht dazu kommt dass falls es schief geht du das arme würstchen bist das raus muss das ist dann keine frage und der zustand in dem du dich dann befindest macht dich noch bedürftiger und verzweifelter es gehört ja zu diesen eigenschaften eines ernstzunehmenden mannes dass man sich was aufbaut das wird schwierig wenn man von anfang an im frame der frau agiert nicht schwierig eigentlich unmöglich und zudem kommt noch das gefühl dazu dass man das fünfte rad am wagen ist ich hatte die situation mal ich bin nicht dazu gezogen aber sie wollte immer bei sich sein und ich habe mich gefühlt wie ein papagei auf ihrer schulter ich kannte da nichts ich hatte nichts dabei ich konnte nichts machen ich hatte nichts zu tun eigentlich fixiert du dich dann nur noch mehr auf die frau und rate mal was dich über längere zeit am unattraktivsten macht wenn du selbst nichts zu tun hast und ihr permanent hinterher rennst oder fragst was ihr jetzt macht genauso nervig ist es aber auch wenn du versuchst ein zeug mitzubringen oder was von ihrem loszuwerden um gemeinsame sachen anzuschaffen wie hat es sich darin gemütlich gemacht und jedes teil was du nicht willst weil es keine ahnung knallpink ist wird ihr so vorkommen als wolltest du in dieses gesamtkonzept der wohnung eingreifen das kann so weit gehen dass sie sich persönlich angegriffen fühlt wir männer sehen so was teilweise nicht so eng ausnahmen bestätigen die regel ich weiß aber überleg mal was passiert wenn sie bei dir ein zieht ich habe hier so ein kalax regal von ikea mit 25 fächern davor war da mal pro fach ein bild die hausbar und so weiter da drin relativ übersichtlich eine sache pro fach allerhöchstens das ist mir dann zwischenzeitlich beim saubermachen mal aufgefallen dass da auf einmal ein scheißdreck drin stand den ich vorher so noch gar nicht bemerkt habe ich musste teilweise bis zu 17 teile pro fach rausnehmen um abzustauben duftkerzen die nie benutzt wurden teelichter in dem ofen zusammengeschmolzene flaschen die irgend so ein becher formen sollten deko eben also die frauen machen das dann relativ geschickt akzeptiert aber für gewöhnlich die einrichtung an sich wenn sie bei dir ein zieht irgendwann kann man da mal darüber reden ein bisschen was loszuwerden und gemeinsames zu kaufen immerhin wohnt man dann ja nicht mehr alleine da wenn sie eine größere wohnung hat soll sie die halt vermieten oder sonst was mitmachen aber ich würde ums verrecken niemals da einziehen selbes prinzip in ihre eltern im haus oder in der nähe wohnen würden es sind sehr viele kleinigkeiten die da zusammenkommen aber das allerbeste was man machen kann ist wenn man seine eigene wohnung hat und sie nach und nach dazu zieht und ganz ehrlich der mietvertrag da solltest du immer als erstes zeitlich gesehen oder als einziger drin stehen das vermittelt sonst ein falsches bild nicht nach außen das ist alles total egal aber für die dynamik innerhalb der beziehung stehst du nicht im mietvertrag dann musst du das irgendwann ansprechen wenn du denkst dass es an der zeit ist das ist etwas wie die frage ob man in einer beziehung ist wenn die anziehung stimmt dann würde ich immer die frau mit der frage kommen lassen das ist eine natürliche entwicklung und ganz ehrlich ihr macht die frau auch glücklich damit wenn ihr dann einfach ja dazu sagt aber ihr kommt nicht als bittsteller ihr habt euren frame ihr seid derjenige der über sowas entscheidet diese dynamik wollt ihr nicht weil ihr ein sexist seid oder in der beziehung über ihr steht sondern weil das die anziehung langfristig aufrecht erhält ihr sorgt dafür dass diese beziehung und ihre gefühle für euch bestand haben und das fängt bei solchen gefühlten kleinigkeiten wie ein fucking mietvertrag an das zeigt auch ihr investment gleichzusetzen wäre nur noch der wunsch nach einer gemeinsamen wohnung sowas ist immer ein kompromiss der aber auch erst kommen darf wenn du dir absolut sicher mit ihr bist es macht keinen sinn sich in so eine position zu begeben und es dir schwerer und schwerer zu machen dein frame aufrecht zu halten oder ihn noch aufzubauen der muss einfach sitzen und unter anderem gehört dazu dass ihr das schlafzimmer nicht pink streicht weil sie das will kompromisse sind dann eben auch kompromisse und wenn du die wände weiß willst und sie pink ist euer ding aber da fängt es dann schon an schaut zu dass die einrichtung nicht nur ihr geschmack ist sondern ihr da mitredet ihr müsst euch da drin genauso zu hause fühlen wie sie sonst wohnt ihr ja doch wieder nur bei ihr wenn ihr euch trennt und nichts mitnehmen wollt außer dem fernseher ja dann habt ihr was falsch gemacht geht solche experimente nicht ein ihr müsst euch vollkommen sicher und bewusst der risiken gegenüber sein weniger ist mehr wenn es um anziehung geht anfangs einmal die woche sehen und das dann langsam steigern nur so findet man raus ob es dann sweet spot gibt an dem vielleicht was verloren gehen würde Frauen die euch sofort sieben tage die woche da haben wollen und wollen dass ihr bei ihnen einzieht es ist eine rote flagge die können für gewöhnlich nicht alleine sein und brauchen immer wen um sich und die leute um sie herum werden häufiger mal wechseln das wird zu einem pulverfass wenn ihr sie noch nicht gut genug kennt und sich das nicht harmonisch und langsam während der limerenz aufbauen kann jetzt hätte ich fast das wichtigste vergessen nach einer trennung raus mit euch aus der wohnung ihr könnt weder eine kontaktsperre machen noch ihre hin rationalisierten zweifel entkräften wenn sie euch tag für tag sieht das wird nicht besser sondern immer nur schlechter sowohl für euch als auch ihr bild von euch ihr gebt euch entweder bedürftig weil ihr sie unbedingt zurück wollt oder geläutert und tut so als könntet ihr euch schnell verändern aber der zug ist abgefahren sie spüren nicht mehr dasselbe für euch wie damals und jetzt ist alles was ihr vor ihrer nase macht ein fehler der im besten fall die anziehung oben hält aber euch immer mehr mit diesem status als exfreund in ihre normalität reindrückt ihr könnt ihr so nah sein wie ihr wollt je normaler der status für sie wird desto sicherer werden sie dass es die richtige entscheidung war und sie können erst wirklich merken was die trennung in der realität für sie und in ihnen auslöst wenn ihr tatsächlich weg seid raus aus ihrer sicht und das im besten fall mit erhobenem haupt kommt kurzfristig irgendwo unter langfristig sucht ihr euch was eigenes oder im fall dass es eure wohnung ist bye bye da stellt sich die frage dann überhaupt nicht da geht sie dann von allein und nimmt euch diese miese entscheidung meistens selbst ab wenn nicht müsst ihr halt ein machtwort sprechen ja aber kein hey du gut weißt du was ich schlafe die nächsten nächte bei freunden während du deinen auszug vorbereitest ne feste stimme kopf hoch brust raus hey pass mal auf wir müssen reden du willst nicht mehr das ist okay schade aber okay dann macht die wohnsituation für mich aber auch keinen sinn mehr schau bitte wo du in nächster zeit unterkommst ich gebe dir bis da und da zeit und da gibt es nichts zu diskutieren egal wie lange ihr zusammen wart je länger ihr jetzt aufeinander sitzt desto unwahrscheinlicher ist es dass das jemals wieder was werden kann oder ihr schnell von ihr loskommt die sieht jetzt jede bewegung von euch mit anderen augen und selbst wenn sie versucht wieder was für euch zu fühlen zeigt ihr ihre unfähigkeit dazu in dem moment denn die anziehung ist weg dass sie das mit aller macht nicht kann räumliche trennung muss her egal wie zu euer beider wohl und dem was noch zwischen euch da sein mag macht's gut und bis zum nächsten video